Willkommen zurück zu Alarmstufe Rot 3 mit Blabla. Willkommen, der kleine Schnorrer. 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 So. Und dann können wir eigentlich gleich starten, ne? Und go. Wa? 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 Tolle Show Commander. Verdammt gute Arbeit. Danke. Diese zurückeroberten Zerstörer werden uns bestimmt sehr nützlich sein beim Versenken dieser Inselfestungen. Die sind alle kaputt. Sir, Premier Schadenko ist in der Leitung. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Meine Herren. Oberbefehlshaber Bingham. Ich wollte Ihnen persönlich danken für all Ihre Mühen, unsere Partnerschaft zum Erfolg zu führen. Sehr nett von Ihnen, aber danken Sie unserem Commander hier. Er leitete den Angriff auf Gibraltar. Ja, auch Ihnen gilt mein Dank, Kommandant. Ich hoffe, Sie waren zufrieden mit Nataschas Beitrag auf dem Schlachtfeld. Sie ist eine unserer Besten. Ja, wir werden Ihre Natascha und jeden Ihrer Männer benötigen für die Zerstörung der schwimmenden Festung im Nordatlantik. Das ist richtig. Viel Glück, meine Herren. Danke. Diese Bedrohung hat den ganzen Schiffsverkehr in der Nordsee lahmgelegt. Aber mit unseren Zerstörern und der Hilfe der Sowjets haben wir vielleicht eine Chance. An die Arbeit, Commander. Natürlich. Ich bin bestimmt wieder Russe. Kann sein, ja. Niemand hat das. Sie ist eine komplett bewaffnete mobile Stadt und beherrscht alle Wasserstraßen in der Region. Es sieht so aus, dass wir die Taktik ändern müssen. Koordinieren Sie die Angriffe mit der sowjetischen Flotte. Ich weiß, Sie hassen die Zusammenarbeit mit den Sowjets. Aber Field Marshal Bingham ist ein sehr kluger Mann. Ich bin sicher, er weiß, was er tut. Sind das da Flugzeugträger? Ui, 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 tüffi. Ui, 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 ui. Allerdings haben wir noch keine genauen Informationen über deren Zusammensetzung. Wir arbeiten bei dieser Operation wieder mit den... Soll das da die Festung sein? Der erste Befehl lautet wie folgt. Ach du Gott. Unterstützen Sie die Bergung eines kaiserlichen Schiffes. Verteidigen Sie unser Bergungsschiff, während wir die Informationen über die japanische Armada sichern. Sobald wir die Daten haben, erhalten Sie weitere Befehle. Viel Glück. Basis bauen auf den Inseln ist das Flugzeug. Ja, jeder links. Jeder links, ja. Jeder links und rechts. Ja. Das sind nicht wir. Ach, das war bloß das Bergungsschiff da. Achso, ich wollte gerade sagen. Schirmen Sie das Bergungsschiff. Oh nee, wir müssen auf Wasser bauen, glaube ich. Guck mal, da sind schon die... Siehst du das? Rechts und links. Natürlich, mein Freund. Feindliche Einheiten entdeckt. Mal sehen, was die so bringt. Rauf da, komm. Eine Einheit wird angegriffen. Komm sofort runter. Einheit wird verschaffen. Achso. Feindliche Frister genähert sich dem Bergungsschiff. Stimmt, ich habe... Meine machen ja hier nur Luft. Da müssen wir uns ja absprechen. Natürlich, mein Freund. Komm mal hier. Natürlich, mein Freund. Schönes Gewässer, ha? Komm mal hier. Natürlich, mein Freund. Ja, hau dich mal ab mit deinem... Mal sehen, was die so bringt. Auf geht's. Schieß ihn ab. Ich sag, was die Gegend. Klingt cool. Mal sehen, was die so bringt. Klingt cool. Noch 25 Sekunden. Noch 20, sagt er. Oh, wo will er denn hin? Lass ihn mal blocken. Lass ihn blocken. Schönes Gewässer, ha? Feindliche Einheiten entdeckt. Schön blocken. Schönes Gewässer, ha? Noch einer, ja? Mal sehen, was die so bringt. Ich zeig euch die Gegend. Nicht, dass der hier irgendwie weg will oder so. Natürlich, mein Freund. Ah, ja. Oh. Komm sofort runter. Da kommt was. Einsatzziel erreicht. Analyse läuft. Ich zeig euch die Gegend. Auf geht's. Oh, das war's. Die sind doch von Insel, Scheiße. Die schwimmende Festung des Reichs befindet sich nah bei ihnen. Aber ihre Langstreckenartillerie macht ein Näherkommen unmöglich. Aufklärungsschiffe kreuzen in den Gewässern. Sie müssen diese Schiffe finden und sie versenken. Du, Tanja und ich, Spione, oder? Ich hab Natascha, Junge. Meine ich doch. Und ich bin ein Spion. Äh, wie sollen die Generatoren auch zerstören? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wie ein Kind. Stirbt er? Ja. Komm, Alter. Bist du noch einer? Wie? Abweil ich kein Geld habe. Ach, hier. Kannst du die Öperstand einnehmen? Nee. Ich komme erst nah genug heran, wenn der Generator deaktiviert ist. Du darfst keinen abschießen. Glaub ich. Klaro. Deshalb. Oder? Ja. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich getarnt. Ich mach's mir gemütlich. Jetzt kannst du hier unten dann die Dinger kaputt machen. Ach so, du kannst hier eh bloß markieren, ne? Ja. Äh, mach doch das Kraftwerk. Hat da unten Stand auch noch einer? Oh. Mein Typ ist jetzt weg. Ich glaube, das ist einfacher, oder? Nein, das ist doch das letzte Ziel. Lass doch erst die Bonusziele. Ja. Du brauchst sie doch bloß markieren. Markier dich gleich. Natürlich, Sir. Nee, ich meine da das Kraftwerk brauchst du doch bloß markieren. Ja, ich markier dich gleich. Ist die Luft rein? Wasser? LOL. Das ist immer zu. Wie gesagt, ich bin unbewaffnet. Das ist vorbei, glaube ich. Besiegt. Aber eben konnte sie doch auch von so weiten. Na gut, ich darf nicht mit dem da sterben. Mach mal gleich auf weiter. Da. Können wir das hier überspringen? Ja. Warte auf Kokomander. Also ich habe Escape gedrückt. Hm? Niemand hat das. Aha. Sie ist eine komplette... Wir haben einen Angriff auf die kaiserliche Flotte in der Nordsee. Oh, war ich nicht so ewig warten. Na, das sind ja drei Kraftwerke. Dann muss ich mit dem Spion jeweils einen in so ein Kraftwerk, damit die dich nicht abknallen. Oh nein, ich muss mir den Spion auch nochmal... Hm. Äh... So. Neues Einsatzziel erhalten. Mache, wir wollen gerade Kreuzfahrt. An Bord dieses Schlachtschiff... Und jetzt kommt es von unten. Schauen Sie unser Bergungsschiff ab, während wir die Daten sichern. Schauen Sie unser Bergungsschiff ab, während wir die Daten sichern. Halten Sie die Japaner von unserem Bergungsschiff fern. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Schönes Gewässer, ha? Schießen ab! Schießen ab! Noch einer, ja? Noch einer, ja? Ah ja! Schießen Sie! Schießen Sie! Ehh... Schießen ab! Ehh... Schönes Gewässer, he? Easy... From the top... Noch einer, ja? Verliess Sie! Meine Delphins kommen! Die machen... Die beißen die kaputt! Ich seh mir was sie so bringt. Uubiis! Ich zeig euch die Gegend! Ich seh mich! Oh, deine Dinger sind gleich kaputt da, ne? Was machst du? Ich glaube einer kam jetzt noch von unten, ja. Lass mal meine Dings vor. Wenn nicht das, was die hier noch haben. Das ist schön. Wir haben die Daten gesichert. Die schwimmende Festung des Reichs befindet sich nah bei Ihnen, aber Ihre Langstreckenartillerie macht ein Näherkommen unmöglich. Aufklärungsschiffe kreuzen in den Gewässern. Sie müssen diese Schiffe finden und sie versenken. Neues Einsatzteil erhalten. Guten Tag, Sir. Halt meine Hand. Jawohl. Drei Kraftwerke und... Ach siehste, jetzt sagt sie das ja auch. Verstanden. So, ich mache jetzt hier das Kraftwerk und... Die kaiserlichen Radarboote ermöglichen der schwimmenden Festung Langstreckenangriffe. Versenken Sie alle Radarboote auf die Richtung. Ich habe hier ein Radarboot. Versteckt sich hinter Geschützen. Wie ein Kind. Du die Tür zerstattern. ja Und ich habe hier noch eine Ausmaß gegen Sieكون um und sie haben einen Gerichtgeschäft gezogen. krass 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 nicht noch getarnt ist die luft rein bin unterwegs ich glaube den da oben muss klickt den an und der wilder nach unten zurück herrlich was oft da steht noch ein typ du sollst das versenken das schiff so jetzt wird die map groß auch guck mal wer kommt denn da ach so wir nehmen jetzt die zwei einzelnen die ingenieure können diese kraftwerke hacken um die abwehrsysteme lahm zu legen zerstören sie aber nicht sonst werden die japaner misstrauisch aber wie soll ich so das erste kannst du ich mache jetzt die typisch erstmal kaputt aber du kannst rein das erste so gehen jetzt hier das problem ist jetzt wie komme ich jetzt hier unten sind jetzt die türme an der linken seite ist das so warte mal hier kommt noch patrouillen ich erledige das bin dran kommt noch mehr bin unterwegs verstanden kein problem so jawohl das lass die dinger aber stehen da ist eine heilkiste verstanden aber die macht ja voll abweh alles klar alles klar verstanden war das schon alles schon ohne aufs reis mach ich verstanden das steht doch das geht noch welcher es geht da noch ja ja einer steht da noch und im busch ist auch irgendwas so mal gucken ob die also ich gerade da unten ob die hier unten jetzt ausgehen und dann müssten die da oben wahrscheinlich alle ausgehen die oben ist offline aber die unten sind noch die werden erst beim letzten auch dann gehen ja jawohl mach ich aber hallo ich bin sie bin unterwegs verstanden bin unterwegs das ding da muss ich wieder kaputt machen dann noch ja das schiff ja alles klar die kommt nicht so weit alles klar alles klar kein problem drück hervor bin unterwegs so du hast ja jetzt keine einheiten mehr ne das war euro snacken rücke vor mach ich und danach durfte erbauen dann machen wir dann erstmal schnelles päuschen bevor es los geht dann aber hallo endlich im trockenen das zweite radar wurde ist fischfutter schicken sie die mbf juhu schicken sie die mbf da ist sie die schwimmende festung so eine große armee einheit habe ich noch nie gesehen bitte nähern sie sich vorsichtig sie ist nach wie vor gefährlich also jetzt von dem kleinen bild sah das jetzt nicht so krass aus unser geheimdienst hat die vorlagen ausgewertet die festung wird über zwei separate reaktoren mit energie versorgt erobern sie beide reaktoren dann können sie mit ihrer hilfe die festung zerstören so dann machen wir schnell päuschen noch dann bis zum nächsten mal spitze bedanke mich tschüss bis zum nächsten mal